Elfte Lektion Eine Begegnung In Frankreich, in England, in Indien und manchmal in Australien. Ja, aber Sie sind hier in Deutschland und das ist meine Garage. Oh, das ist Ihre Garage. Das tut mir leid. Dann suche ich ein Hotel. Haben Sie denn Geld? Ja, ich habe viel Geld. In Frankreich, in England und in Spanien. Ja, aber verstehen Sie nicht? Sie sind in der Bundesrepublik Deutschland und das ist meine Garage. Ach ja, das ist richtig. In Deutschland habe ich leider kein Bankkonto. Wo ist der Bahnhof, bitte? Übung Woher kommt Peter? Er kommt aus Deutschland. Sie hat nicht viel Geld. Ich wohne in München. Ich habe leider kein Auto. Hier möchte ich nicht schlafen. Wo möchten Sie schlafen? Zwölfte Lektion Wenn das Wetter schön ist. Wohin fahren Sie in Urlaub, Frau Herber? Ich fahre nach Hamburg und an die Ostsee, wenn das Wetter schön ist. Kennen Sie Hamburg? Ja, ich kenne die Stadt gut. Meine Schwester wohnt dort. Und Sie, Herr Huber, wohin fahren Sie? Wir fahren nach Österreich, in die Alpen und nach Salzburg, wenn das Wetter schön ist. Kennen Sie schon Salzburg? Ja, ich kenne es gut, aber meine Frau kennt es noch nicht. Die Altstadt ist wirklich sehr schön und die Umgebung auch. Und Sie, Fräulein Wagner, wohin fahren Sie? Ach, wissen Sie, ich fliege nach Mallorca, denn hier ist das Wetter immer so schlecht. Übung Wohin fährst du in Urlaub? Ich fahre nach Italien. Und du? Ich fliege nach Südamerika. Kennen Sie Berlin gut? Die Umgebung von München ist sehr schön. Herr Wagner kennt Österreich wirklich gut. Dreizehnte Lektion. Ich kann es versuchen. Was machen Sie da, Herr Sanson? Ich lerne Deutsch. Warum lernen Sie Deutsch? Ich will in Deutschland arbeiten. Meine Firma hat eine Filiale in Frankfurt. Und wann wollen Sie nach Frankfurt gehen? Meine Arbeit beginnt in vier Monaten. Aber das ist nicht möglich. Sie können nicht in vier Monaten Deutsch lernen. Ich kann es versuchen. Aller Anfang ist schwer. Sie sprechen doch Englisch, oder? Natürlich spreche ich Englisch. Aber hören Sie, ich spreche auch schon ein bisschen Deutsch. Ich möchte bitte ein Bier und ein Steak. Wo ist das Hotel Ritz? Kommen Sie mit? Wann fährt der nächste Zug nach Frankreich? Das ist doch schon ganz gut, nicht wahr? Übung Sprechen Sie Französisch? Ja, ich spreche ganz gut Französisch. Warum wollen Sie nach Frankfurt fahren? Ich will dort arbeiten. Wann beginnt Ihr Urlaub? Mein Urlaub beginnt morgen. Ja, das ist schon ganz gut. Vierzehnte Lektion. Wiederholung und Erklärungen. Keine Aufnahme für diese Lektion. Fünfzehnte Lektion. Ich habe einen Freund. Ich bin so deprimiert. Komm, gehen wir einen trinken. Nein, ich gehe lieber nach Hause. Ich muss morgen früh arbeiten. Ach, komm. Es ist noch nicht spät. Wir bleiben nicht lange. Das kenne ich. Das sagst du immer. Und dann bleibst du drei oder vier Stunden. Das ist nicht wahr. Heute sicher nicht. Ich trinke nur einen kleinen Whisky. Komm. Übung Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke. Ich trinke keinen Kaffee. Anne und Elisabeth bleiben lange im Kaffee. Peter muss heute nicht arbeiten. Ich bleibe nur eine Stunde. Das ist nicht wahr. Sechzehnte Lektion. Drei Stunden später. Siehst du, jetzt trinkst du schon den fünften Whisky. Und du das achte Bier. Das ist auch nicht besser. Komm, wir nehmen ein Taxi und fahren nach Hause. Oh nein. Es geht mir so gut hier. Wie viel Uhr ist es? Es ist zwölf. Was? Schon so spät? Ja. Es ist Mitternacht. Geisterstunde. Also komm endlich. Ich bringe dich nach Hause. Warte. Ich brauche noch einen kleinen Whisky. Gegen die Geister. Übung Sie nehmen ein Taxi und fahren nach Hause. Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut. Danke. Und Ihnen? Wie viel Uhr ist es? Es ist elf Uhr. Er braucht einen Kognak. Es ist kalt. Sie nimmt den Mantel. Siebzehnte Lektion. Der Zahnarzt. Ich habe seit drei Tagen Zahnschmerzen. Kennen Sie einen guten Zahnarzt? Meine Tante kennt einen. Sie findet ihn sehr nett. Können Sie mir bitte seinen Namen und seine Adresse geben? Ja. Warten Sie. Er heißt Dr. Knorr und wohnt Wagnerstrasse 13. Seine Telefonnummer ist 26 35 16. Vielen Dank. Sagen Sie mir, kennt Ihre Tante ihn schon lange? Oh ja, seit ungefähr zehn Jahren. Und sie sieht ihn oft? Oh ja, sehr oft. Wissen Sie, sie hat viele Probleme mit ihren Zähnen. Ah ja? Was für Probleme? Sie verliert ihre Plomben, hat Abszesse und so weiter. Aber ich sage Ihnen, der Zahnarzt ist wirklich fantastisch. Übung. Meine Schwester kennt einen netten Zahnarzt. Können Sie mir bitte Ihre Adresse geben? Was für ein Buch ist das? Haben Sie Probleme mit Ihren Zähnen? Ich kenne ihn seit ungefähr drei Jahren. Achtzehnte Lektion. Das Verbot. Halt! Hier dürfen Sie nicht parken. Oh, das tut mir leid. Aber ich bin in fünf Minuten zurück. Nein. Hier ist Parkverbot. Auch für fünf Minuten. Ich weiß. Aber es gibt nun mal keinen anderen Parkplatz hier. Hören Sie, ich diskutiere nicht mit Ihnen. Seien Sie doch nicht so. Ich muss nur schnell auf die Bank. Und die ist nur bis 16 Uhr geöffnet. Wie viel Uhr ist es jetzt? Es ist sieben Minuten vor vier. Oh, dann haben Sie nicht mehr viel Zeit. Machen Sie schnell. Oh, vielen Dank. Sie sind wirklich süß. Ich komme sofort zurück. Übung. Sie dürfen hier nicht rauchen. Hier ist Rauchen verboten. Es gibt hier viele Parkplätze. Ich muss schnell machen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Die Post ist bis 18 Uhr geöffnet. Neunzehnte Lektion. Mögen Sie Würstchen? Hallo Mutti. Ich habe einen Bärenhunger. Was essen wir heute Mittag? Es gibt Frankfurter Würstchen und Kartoffelsalat. Och, schon wieder. Ich mag keinen Kartoffelsalat. Dann isst du deine Würstchen eben ohne Kartoffelsalat. Aber mit Senf. Wie du willst. Mit oder ohne Senf. Kann ich vielleicht Reis haben? Ja, aber du musst ihn dir selbst kochen. Gut, ich mache ihn selbst. Willst du auch Reis? Ja, gern. Das ist eine gute Idee. Und wir essen den Kartoffelsalat morgen. Oh nein, nur das nicht. Übung. Ich mag keinen Tee. Was gibt es heute Mittag zu essen? Es gibt Omelette und Salat. Viele Leute gehen in die Hamburger Oper. Das kannst du selbst machen. Zwanzigste Lektion. Wo ist der Bahnhof? Weißt du, wo der Bahnhof ist? Keine Ahnung. Wir müssen fragen. Entschuldigen Sie bitte, wo... Die Leute haben alle keine Zeit. Warte. Ich habe eine Idee. Dort ist ein Hotel. Ich bin gleich zurück. Guten Abend. Haben Sie ein Zimmer frei? Sicherlich, mein Herr. Möchten Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer? Ein Zimmer für sechs Personen, bitte. Wie bitte? Wie viele Personen? Sechs Personen? Dann nehmen Sie doch gleich einen Liegewagen. Dort haben Sie sechs Plätze. Ah ja. Das ist eine gute Idee. Können Sie mir bitte sagen, wo der Bahnhof ist? Sie fahren die erste Straße links und dann die zweite rechts und Sie sehen den Bahnhof gleich gegenüber. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Übung Wollen Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer? Ein Zimmer für zwei Personen, bitte. Ich weiß nicht, wo meine Tante wohnt. Sie weiß nicht, wo ihre Tante wohnt. Wie viele Leute wohnen hier? Wir müssen fragen, wie viel Uhr es ist.